Ja und damit herzlich willkommen zum weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind auf der Peak Forest Railway unterwegs und werden heute einmal die ganze Strecke fahren, also zumindest die Hauptstrecke, mit einer Class 45 als Express. Und die machen wir erstmal bereit. Das erste, was wir hier mal tun werden, ist mal hier zu schauen. Bitte einmal unisoliert und einmal ein. So, Generalschlüssel. Einmal ein. Einmal nach vorne. So, Frontscheinwerfer sind an, hoffe ich. Sehr gut. Und meine obligatorischen Screenshots, wie immer. Ja, mal schauen. Vielleicht kriege ich dann später noch einen schöneren. Instrumentenbeleuchtung geht auch mit an. Ähm, ja. Dann werden wir soweit Abfahrt bereit. So, Bremsen lösen. Gut. Das Scenario selber habe ich aus dem Workshop raus. End of the Steam Error, glaube ich, heißt das. Ich habe mir noch überlegt, ob wir das nicht mit einer Dampflok fahren. Aber nachdem die Dampfloks in Transim World 3 und ich keine Freunde sind, dachte ich, fahren wir halt mit einer Peak. Nachdem das eh so ein Leistungsmonster ist, ist die Strecke da auch jetzt auch ideal. Auch ein First für mich, dass ich meine ganze Strecke, also fast die ganze Strecke sehe. So wirklich durchgehend schnell können wir leider nicht fahren, weil immer wieder so langsame Stellen mit drin sind. Engine Room. Hm. Ich will da immer noch mal reingehen hier. So. Mehr Leistung. Stufe 6. Das muss man den Engländern schon lassen, denn die haben geile Diesel-Looks. Und ich bin vor der Strecke für mich noch einer der ersten Transim World Routen gefahren. Und der Unterschied ist da teilweise so krass an den Texturen her. Ich meine, hier ist richtig viel ausdetailiert. Und bei den anderen teilweise einfach gar nichts. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Strecken nicht nachträglich noch ein bisschen geupdatet werden. Mit mehr Szenerie und so. 0,8 Meilen. 40. So müssen einfach alle Strecken aussehen. Was es glaubwürdig ist. Ich glaube, wir können eigentlich an der Stelle hier rollen lassen. Und aus. Und aus. Äh, ja. Gut. Aber das ist zu schwach. Sorry, guys. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir da bei dem Angezockt gefahren sind. Ich glaube, ich habe ihn nach der zweiten oder dritten Haltestelle ja dann angehalten. Bei diesem königlichen Zug. Wo ich ja das eine Lok da nicht hinterherfahren wollte. Aber da wurde mir gesagt, das passt schon so. Weil quasi die eine Lok ist vorgefahren. Und prüft, ob die Strecke sicher ist. Und dann kommt der königliche Zug. Oh ja. Oh ja. äh 55 mal wieder und 50 war das da eigentlich eine Strecke, die man auch fahren hätte können oh ja, man kann okay also da hätte ich jetzt schon mal und ich sehe gerade, da komme ich teilweise ins Rote im Ausschlag, da werde ich am Ende mal die Lok für euch mal ein bisschen leiser machen so, 2,4 Meilen noch bis am Metlock aber wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, dann kommt jetzt hier ein Halb, ja genau und nach dem Tunnel ist gerade direkt noch einer es hilft dann auch der sein, wo wir anhalten werden oh, das sieht auch geil aus da kann man echt super Skeetshots machen auf der Strecke südlich ja, vielleicht auch ein bisschen ja, ich glaube hier war das zu wo ich hingefahren bin entweder hier oder ein bisschen kurz weiter ist doch nicht der Halt 1,2 Mal noch aber immerhin die Leute machen kann Blödsinn so oder war das früh jetzt schon rollen ja, ich lasse rollen wenn man einfach überhaupt nichts im Tunnel sieht nimmt man die Gleise direkt vor einen ah, nee, ich erkenne es wieder hier bin ich stehen geblieben okay alles nach dahinter ist jetzt neu für mich zumindest Mensch, da waren sie aber nicht sparsam mit Tunnel hier aber wie willst du es auch anders machen hier bei dem Gelände so, anfängliches Anlegen oh, ist das fies da ist schon der Bahnsteig das könnte jetzt eng werden das war sogar zu viel ein paar Meter ein paar Meter ich will mal kurz aussteigen lass doch mal kurz gucken was wir hier so haben okay, so ein Gütergleis hier mit so einem Schuppen oh, cool da ist so ein Retro-Kran Railroads Online lässt grüßen der ist aber glaube ich schon länger nicht mehr benutzt worden aber der sieht halt wesentlich authentischer aus als wie das in Railroads Online just saying und da die Güterperrons okay können wir die Dinger vielleicht auch in Railroads Online haben cool alles klar ah, und da ist das Stellwerk erhöht alles klar also ich weiß, wir sollten eigentlich fahren aber ich will mich trotzdem ein bisschen umsehen hier die Strecke an sich ist wirklich schön gemacht so, liebe Leute geht schon wieder weiter äh, Türen zu äh, Türen zu alles bischöön Jetzt kommt sie. Das ist Geräusch, wenn so dieser Dieselmotor so nach oben geht. Ich liebe es. Und bei so einer Strecke jetzt noch so ein Stellwerksmodus mit dazu. Das wär's. Ich meine, das darf dann ruhig kein I-Verkehr sein. Wenn wir dann jetzt noch so ein Stellwerk reinsitzen. Mal sehen, vielleicht irgendwann. Wenn sie da nicht eh von Simrel irgendwie abgehängt werden. Stichwort Stellwerksim. Ich meine, so ein richtiger Stellwerksim, wo es jetzt vielleicht ohne Fahrrad ist, sondern wirklich nur als Fahrradinsleiter drin ist und das dann auch so richtig simuliert ist. Mit dem ganzen Funk und mit dem Nachbarnquatschen etc. Oder in England da mit den Mosecodes. Wenn man jetzt mal was Altes hier macht. Wo das richtig authentisch umgesetzt ist. Das wär schon geil. Ich meine, es gibt solche Simulatoren. Aber das ist halt 2D, wo man halt nix sieht. Wo das echt einfach schlecht aussieht. Aber so in 3D mit so einer Grafik wie hier, war's halt schon irgendwie cool. Ah, da hinten ist der ganze Industrie-Spaß. Wie sieht das denn? Ah. IC. Handweichenbereich. Zum Spaß haben hier. Das ist ja eine andere Strecke da. Ach, das ist für sich ein komplett eigener Anschluss. Das ging da gar nicht mehr zusammen. Oder ist das eine andere Strecke hier? So, wenn wir mal reinfahren. So. Maximum Schmack jetzt bitte. Einfach nur schön. Was ich ja auch gehört habe, ist, dass ja ein Zugbegleitermodus für Transimworld kommen soll. Was da an dem Ganzen dran ist, weiß ich nicht. Ich hab ja jetzt nicht wirklich im Format oder so oder in den News nachgesehen. Das wurde mir noch so zugetragen. Aber ich glaub, der Modus könnte noch spannend werden. Ja, Auswahlstelle hier, wenn's sein muss. Was ist eigentlich dein Form, Max? Wo steht das doch hier gerade irgendwo? Ah, scheiße. Darf ja nicht aufstehen. Sonst bremst die Lok. Oh, da hast du mir die Leistung weggenommen. Ah. Mensch. Lass mich keinen Spaß haben. Aha. Absteckweise hier in die Industrie. Jetzt sollte man von der Geschwindigkeit runtergehen. So, bremsen bitte eh. Ja, falsche Ansicht. Ja, okay. Okay, da kann man vielleicht ein bisschen was abstellen hier. Kann man machen. Okay, das sieht auch nach Güterverlad aus, da unten. Kannst du auf die Karte schauen. Oh ja, das ist auch ein bisschen grösser da hinten. Jetzt ist es eigentlich wirklich frier. Was ich hier machen soll, da mit dem Bruch fahren. Jetzt habe ich es ja jetzt doch schon ein bisschen draußen. Und her, als ich das letzte Mal hier gefahren bin. Das war ja eben das Angezucht. Aber man, das war ein Projekt interessanter. Echt schön. Könnte ein bisschen mehr Verkehr sein. Aber gut. Probiert dieses Szenario. Da könnte man bestimmt noch ein bisschen mehr reinpflanzen. Also ein bisschen zu kämpfen hat sich schon. Noch bei einer Prozent Steigung. Wo mich das so drüber fliegen lässt. Nein, natürlich nicht. Wie im Fahrrad im Wind. Naja, jetzt nicht mehr ganz. Nasenlicht. Achso, für da vorne. Sonst ist da irgendwas. Kabinenheizung. Nö. Konzentrierfrag. Ersatzschalter. Okay. Macht denn da irgendwas extra? Nö. Aber. Okay. Also das wäre doch eine richtig geile Strecke. um da mit der Drohne ein paar Aufnahmen zu machen. Das Regal ist ein bisschen ländlich. Das wäre ideal hier. Ich fliege das auf der Seite und drüber vorbei. Oh ja, das gibt geile Aufnahmen hier. Keine großartige Stromleiter, die die Schnerven, also die da rechts. Dann fliege das von der linken Seite. Dann macht das optisch auch noch ein bisschen was her. So, ähm, können wir wieder ausmachen. Brauchen wir nicht. Das ist mir gerade ein bisschen schwindelig geworden. Ich glaube, dass es sowas irgendwie kaum noch mehr gibt. Diese lokale Güte. So, und ich sollte mir Leistung geben. Ich würde mich generell mal ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Aber ich glaube, bei der Strecke würde ich tatsächlich mal machen, ja, im freien Spiel ein bisschen zu spielen und mal die Collectibles zu machen und dabei aber mit den Zügen hier zu fahren und nicht selber zu fahren. Ich glaube, das fände ich jetzt mal atmosphärisch gar nicht mehr so doof. Einzige, was ich da aber machen würde, ist, ich würde mir jetzt erst mal angucken, wo die ganzen Sachen sind. Weil die ich eh nie finden würde von alleine. Und dann einfach so die Strecke abfahren. Das wäre das auch etwas, was euch vielleicht interessieren würde. Das ist da wirklich am Anfang der Karte anfangen und tun wir die ganzen Collectibles einsammeln und dann fahren wir halt quasi als Passagier mit zu. Schauen uns die nächste Station an, schauen uns ein bisschen Umgebung an. Also wenn das was wäre, schreibt das mal in die Kommentare rein. Da lege ich mir wirklich, ob ich da ein Video dazu mache. Also vorher sah es ein paar zu aus. Was wenn das Auto versinken würde. Das einzige fiese ist bei manchen Sammlerobjekten, ist, dass die teilweise auch einfach mitten auf der Strecke sind. Das ist beim Mobidesk gesehen, Dial-Off-Mite. Da ist, glaube ich, ein oder zwei dieser Collectibles mitten auf der Strecke, wo du einmal stehen bleiben musst. Das ist halt schon fies. Das sieht aber so ein bisschen und das sieht aus hier. Uh, schönes Anwesen. Ah, ich wette, da hinten ist irgendwas versteckt. was Vorbau zum Stehenbleiben. 3,5 Meinen. Ich würde mal sagen, zwei, drei Minuten noch. Oh, geht bergab. Dann gehen wir auf Stufe 1. Beziehungsweise vielleicht ganz aus. Ja, der Look-Bremse ein bisschen rein. Boah, schön. Ah, geht schon wieder nach oben. Gut. Ja, das könnte noch bedient sein hier. Aber von ganz wenigen Leuten sowas aussieht. Da ist ja gar nichts in der Gegend. Ich glaube sie nicht. Da kommt ja was entgegen. Moin. Ach, da unten. Boah, wir müssen aber ein bisschen laufen, bis sie da beim Bahnhof da oben sind. Boah, ich habe mir jetzt gestern diesen neuen Spider-Man-Film gesehen. Hab den Film davor aber nicht gesehen gehabt. Ich muss sagen, ganz am Anfang war es ein bisschen Braillefuck mit den ganzen Universen da und wie viele Spider-Mans es gibt. Aber der Film an sich war schon gut gemacht. Und vor allem, dass quasi jedes Universum da irgendwie so sein eigenen Art-Stil hatte. nicht schlecht. Aber das Ende ist furchtbar. Also ich würde es nicht... Also es hört einfach so auf, um es mal so zu sagen. Ohne dass jetzt irgendwie ein großer Showdown oder so gewesen ist. Aber ich hätte gesagt, okay, da hätte man viel länger machen können. Man schaut, dass man das aufteilt da zwei. Ah, dann macht man halt zweimal Geld, ne? Irgendwo. Was ist aus den langen, guten Filmen geworden? Wie zum Beispiel der mit dem Wolf tanzt. Ein absoluter Overkill in der Länge. Ich verstehe nicht, warum man manche Filme einfach so künstlich kürzen muss. Ich meine, man schaut schon gemeint, ja, ja, es ist halt extrem viel Aufwand. Deswegen tut man es dann halt heim. Ja, klar, der Film ist immer aufwand. viel Aufwand vor allem, wenn es dann auch gezeichnet ist. Aber sonst muss ich halt ein bisschen länger hin. Und wenn es halt umso besser. Finde ich. Oh, scheiße, da kommt 30. Ich habe nicht aufgepasst. I am sorry. Aber ich kann mal Zeit lassen. Ich bin wieder zu früh. So, wo ist er? Ach, da hinten, nach der Kurve. Geht's da hin? Okay, da geht's nirgendwo hin. Und trotzdem noch zu schnell gefahren. Okay, warum die Aufteilung da auf 2? nicht ideal. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz das Kleistbild hier an. Hier geht dann wieder fein zusammen. Da. Was ist denn da? Hä, was ist denn hier los? Hä? Ah, Dronecam. Zeig mal, was geht denn da hinten ab? Hä? Soll das da so eine Mielenbahn darstellen da hinten? Da ist auch wieder so ein Güterverladbereich hier hinten. Hier unten ist auch nicht sehr viel. Warum ist das hier so eine Riesenanlage für kaum Häuser? Wo kommt ihr eigentlich alle her? Das ist bestimmt das Bahn hier unten irgendwo. Aber so groß für... Okay, verstehe ich nicht ganz. Hat vermutlich mit der Industrie da hinten oder sowas zu tun. Oh, ich war ja ganz seit dem Gastron. Vorne drauf geachtet. Oh je. So. So, diesmal. Ich will mal das da hinten ansehen. Chimney. 8,5 Meilen. Sehr gut. Vellasdale. Muss euch mal kurz nachschauen. So, ich will das hier sehen. Ich bin nach oben. Ja, Schmalspur hier. Beziehungsweise Feld bauen. von einem Steinbruch hier. Ja, kann ich hier wieder rauf, bitte? Da ist ein Gleis vielleicht reingangen. Ja, das ist ein Steinbruch hier. Okay. Geh wieder hier rein. Mehr Leistung, bitte. Okay. eigentlich mal so Add-ons-technisch wäre mal irgendwas im Ausland, so in Indien oder sowas. Oder generell mal so Schmalspur im auswärtigen Land was Neues haben. Ich meine, es heißt ja Train-Theme World, aber das World gefühlt halt auf Amerika, Deutschland, Schweiz, Österreich und England halt. Und alles andere irgendwie nicht da. Ist aber bei TS Classic auch nicht anders. Ich meine, klar gibt es da auch andere Strecken. Da hat man ja noch China mit dabei. Südafrika ist ja auch mit einer Strecken vertreten. Aber es ist jetzt nicht so glücklich die Welt abgebildet. Na ja, da ist schon wieder 35. So, wo geht es denn da gerade aus hin? Könnten wir das befahren? Jo, könnten wir. Ah, okay. War dann interessant zu sehen, was hier hinten ist. da ist. Ah ja, vielleicht ein andermal. Wobei, das könnte auch interessant werden, dass wir hier irgendwie eine Zugverbindung noch da unten kriegen, wenn ich das mit die Collectibles da mache. Jetzt ja auch so runter. Ist auch wieder so etwas. Wenn man der Stelle werde ich mal die Ronin-Kamera wieder zurücksetzen. Irgendwie so. Und ich glaube, da vorne ist der Teil, wo wir die erste Mission gemacht haben. Wo wir da diesen Kühlzug hochgeschubst haben. Da steht ein einsamer Kühlzug. Man kann ja glaube ich nach wie vor nicht einfach so leere Assets abstellen im Szenario-Platt. Soweit ich weiß. Das war ein nettes Feature, dass man hier die Gleise irgendwie voll machen kann. Ja, das ist die Stelle hier. Ich glaube, es war mir auf dem Gleis hier und haben die Kühlzug nach oben gebracht. Und da geht der ganze Spaß wieder rein hier. Ja. Riesige Industrie. Eigentlich eh noch ganz praktisch. Da ist er vorhin 50 Stunden wirklich schneller werde ich hier nicht. Also bergauf mit dem Dampf schon der Challenge. Erklärt jetzt dann auch, warum dieser Royal Express auch mit zwei Looks bespannt gewesen ist. Ich glaube, mit einer wäre das nichts gewesen. Ich glaube, diese Leute sind ein bisschen intelligenter worden. Das Verhalten ist zumindest normaler als wie sonst. Vielleicht ist mir eine Verbesserung. So. Da glaube ich, geht es jetzt wieder nach unten. Da hatten wir ja abgekoppelt und sind dann ja wieder Rettour gefahren. Sprich, der Abschnitt da hinten ist jetzt wieder neu für mich. Ja. Reicht das? Oh, ne. Oh, brauchen wir ein bisschen mehr Bremse. Okay. Ah, ich glaube, ich tue mal das Sonnenblende runter. Blende ja so sehr hier. Das ist aber echt kaum noch was. Aber ich glaube, die steht mir nicht so aus, als ob man die aushängen könnte. Längere Tudel hier. Können wir wieder raus? Komm bitte. Weiß eigentlich jemand, was aus den Leuten von Subways im Boden ist. Da gibt es ja auch nichts mehr Neues. Ne, was Grünes. Weiter fern ich. Ja, Tudel, mortal. Finally. Na, jetzt geht es gerade mit 80 wieder weiter. Gut. Lösen wir mal. Für was dieser Bereich hier, wenn dann eh gleich der Bahnhof kommt. Hm. Können Sie das Stellwerk sparen, wenn er das auflöst? Ja. Ja, zwei Meilen. Okay, wir geben noch mal ein bisschen Gas. Ja, ich habe gerade schon gefragt, ob sie einen Haltepunkt oder so etwas gibt. Ich bin da. Ganz leicht zu schnell, das passt schon. Das war jetzt eine echt schöne Signalbrücke. Und nochmal ein Abzweig. Können wir den befahren? Naja, vermutlich nicht. Oh, was? 15? Ähm... Hat jetzt keiner gesehen. Okay. Aber die schauen jetzt gerade sehr gut, dass sie mich rausgeschmissen hätte. Uah... Ja... Mh... Alle tut die. Weiche geht es bestimmt auch gut. Den Leuten hinten auch. Vielleicht ist ein Getränk mal kurz... kurz... Ungefalten. Tududududu... Warum ist da rot? Warum ist da rot? So, kurz vorm Ziel und ich darf nicht reinfahren. Warum nicht? Warum nicht? Bin ich zu früh? Eigentlich könnte ich dich mal wieder lösen. Mal ganz kurz nach vorne gucken. Da steht ein Zug. Auf meinem Gleis. Ah... Soviel zu den... Ja, ich weiß. So, machen wir kurz eine Inspektion. Ob da noch alles gut aussieht. Naja... Es wäre eigentlich cool, wenn man das ein bisschen abnutzen und Dreck sehen würde. Wenn man hier länger fährt. Und... Ne... Lange fahren in Trains in World. Bei den kurzen Strecken. Naja... So... Gehen wir aber nach da vorne. Ist geil, dass da irgendwie der... Abstandszeiger da schön nach unten geht. Obwohl die Lok steht. Uh... Drehscheibe. Kann ich? Uh, ich kann. Okay. Da freut sich der Nächste. Ah, verdammt sich das Signal nicht. Seht der jetzt noch da oder nicht? Ja, der steht... Oh... Mann! Ja doch. Ne, ist nicht am Fahren. Das klingt irgendwie... 47... Ah, 43. Entschuldigung. Ah, ne. Na, 47 war schon richtig. Der Kollege hat auch rot. Ah... Coole Lackierung. Oh... Gab's das mal wirklich... Mit Virgin? Oh... 47... Unscharf leider. So, Kollege. Warum, warum... Warte mal. Kann ich da was machen? Äh... Das kann jetzt natürlich gut sein, dass das vielleicht ein Fehler ist. Oder der jetzt einfach noch ein paar Minuten hier stehen bleibt. Und mich halt quasi so ausbremst. Oh, er nimmt's nicht. Wenn ich jetzt da auf die Einfahrt warten muss. Einfach mal mitfahren. Und... Boah, so fies jetzt die Handbremse anziehen. Was? er macht ja ein Licht. Naja, zur Sache. Hi. Haben wir da Leute hier drin. Das gleiche gerade nochmal. Eh. Haben wir zum Postwagen hier? Ah, Postzug. Yes Okay, naja, schade Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt hier Alles okay bin? Hier? Alles klar Okay Die haben halt nach wie vor Irrige Momente Können eigentlich nur schauen, was wir hier hinten haben Nein, ich darf hier nicht weiter Ach nö Ja, okay Liebe Leute, dann würde ich sagen, mach's das erstmal Gehen wir jetzt hier auf die andere Seite nochmal raus Ah, Booking Office Hier oben So, hier runter Wunderbar Wo stellen wir uns denn hin, wo es schön ist? Uh, Kaffee Was? Das ist ein Ding Okay Dann weiß ich schon mal, dass ich das Mittagessen hier schon mal habe Also, liebe Leute Wir sind zwar nicht mehr reingefahren, aber ich will jetzt auch nicht warten Bis der da hier weg ist Ähm, sind ja eh nur noch diese paar 400 Meter gewesen Trotzdem muss ich sagen, war es eine sehr schöne Fahrt Gerne mal wieder Und das mit den Collectables Und das wir da als Fahrgast Dann fahren Würde mich ja schon irgendwie reizen Sagst mal Ob ihr das dann auch sehen wollen würdet Bis dahin Macht es gut Und gute Fahrt Ciao Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis denn dann Euer Braubucher Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao